Ihre Mandantin ist mittlerweile in den Genuss diverser Therapieprogramme gekommen und die Ergebnisse lassen doch sehr zu wünschen übrig. Miss Bucknell braucht eindeutig mehr Stabilität. Daher wird ein Gutachten erstellt, dass das Haus ihrer Mutter auf seine Eignung für einen achtmonatigen Hausarrest hinüberprüft. Ui, das ist ja echt Hightech-verrückt. Hast du ein Glück, Kylie, mit so einem Wunderwerk der modernen Technik am Fuß? Bist du froh, zu Hause zu sein? Ein paar merkwürdige Dinge sind passiert, seit ich hier bin. Die ich unerklärbar finde. Ich glaube ja nicht als Einzige, dass es im Haus Geister gibt. Was tust du gegen unfreundliche Gespenster? Die kriegen erst mal voll auf die Fresse. Verpflanzt man einen hyperaktiven Verstand in ein ruhigeres Umfeld, kommt es zwangsläufig zu Komplikationen. Das Strafmaß ist okay, ich will nur aus aus diesem Haus! Ach nein, das geht schon die ganze Woche so. Sekunde. An den ruhelosen Geister in diesem Haus wohnt, was willst du hier? Dann möchten Sie bei Ihrer Aussage bleiben, dass Mr. McRandle das Opfer eines bösartigen Geistes wurde? Ja. Na dann. Dtitelung. Untertitelung des ZDF, 2020